Hallo meine Freunde, ihr habt es gesehen, das Match ist beendet. Ja, ich bin immer noch auf der Spielersuche für einen Wettkampf. Jetzt ist schon Sonntag, also ich habe den ganzen Tag gesucht, um eine neue Runde starten zu können. Die Folge gestern leider nur 10 Minuten, noch was, 10 Minuten ein paar zerquetscht, aber schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr es mit angeschaut habt. War ein geiles Spiel, ich bin sogar bester Spieler geworden. Können wir gerne mal schauen. Die Folge heißt, glaube ich, da fliegen alle vorbei. Ja, ich glaube, da fliegen alle vorbei, heißt die Folge. Aber jetzt geht's los mit Tril Kospi, Alec Sin, Alec, PA18, Austin und Canfan. Und wir spielen zusammen mit Alec und mit Austin. Okay, auf geht's, Alec Austin. Vollgas, so. Sehr schön hier, Anstoß von Austin. Bringt man auch direkt in der Mitte, denke ich mal. Canfan hier. Okay. Nee, wir müssen zurück hier. Oh, da kommt hier die Armada. Ah, sehr gut. Ei, 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 ei. So, Alec, komm, auf geht's. Canfan hat da einen weggemacht hier. Im Tor. Oh, das war auch so knapp. Oh, so ein knappes Ding. Das geht gut los hier, die Folge. Tril Kospi hier an der Seite. Austin bringt den Ball jetzt gefährlich in die Mitte. Weg damit, Freunde, weg damit. So, dabei kommt hier an die Mitte. Oh, nein. Oh, ich muss hier was machen. Oh, da kommt doch gut. Ja. Alter. Was für ein Spielzug. Was für ein Spielzug. Das steht 1-0. Die greifen uns direkt an und schon steht es 1-0. Da hat das Spiel gedreht, ne, würde ich sagen. Also den Spielverlauf einfach mal so. So, jetzt hier. Tril Kospi an der Seite. Kommt jetzt nach vorne zusammen mit Canfan. Oder Canfan. Oder Canfan. Keine Ahnung, wie es heißt. Und Alec und Austin sind jetzt vorne im Angriff. Canfan. Canfan. Und Alex. Mit dem haben wir schon gespielt in der letzten Folge zusammen. So, und hier ist was los. Jetzt geht er bei schon wieder. Austin muss einfach nur hinterher fahren. Und das Ding reinmachen. Ja, zack. Und guter Schuss. Ja, Mann. Sehr schön. Austin. Mit seinem kleinen Irokeseschnitt hier. Haut das Ding rein. 2-0. Ja, warum? Sorry. Auch so nicht sorry. Mensch. 2-0. 3-30. Auf geht's. So. Ah, ich wollte jetzt ein Gegner mal weg ran. Hat nicht ganz so funktioniert, wie es vorhat. Aber jetzt Austin hier. Hat geblockt. Oh. Den hätte ich auch gehabt. Sehr schön. Mist. Bleib mal den Boost holen hier. Sehr gut von Austin. Äh, von... Von... Wer war es? Ich hab Alec, glaube ich. So, ist da hier drüben jemand? Nein, nur die Verteidigung vom Gegner ist da drüben. So, Austin ist aber jetzt am Start. Auf der rechten Seite. Und Trill Cospi versucht hier Alec auszudribbeln. Versucht über die Bande. Zieht aber zurück. Und jetzt kommt ein schöner Schuss hier von Alec. Über die Bande. Und Nachsitzer. Und was für ein Pass? Sehr geil. Aber gehalten da hinten drin. Und jetzt geht Trill Cospi über die Seite. Oh, dabei geht schon wieder. Der Deck geht schon wieder gefährlich. Hier wird gleich 3-0 stehen, wenn es so weiter geht hier. Zack. Wahnsinn. Was war da los? Reines Billard spielen hier. Totale Verwirrung auf der Linie. Und Trill Cospi hat das Match verlassen. Und Sieg durch Aufgabe. Ja. Hammer platt gemacht. Würde ich sagen. Hammer platt gemacht. Hey, guckt mal. Wir sind schon wieder Gold. Zwei. Liga Drei. Eine Liga rauf. Gold 2, Liga Drei. Also für alle, die gefragt haben. Elias zum Beispiel. Liebe Grüße an Elias. Welcher Rang? Also hast du gesehen? Gold 2, Liga Drei. No? Ich hoffe, das reicht hier. Ich gucke da nicht so. Also Freunde, ich muss jetzt wirklich ganz ehrlich sagen. Ich bin keiner, der so auf seinen Rang schaut. Das mache ich nicht. Ich spiele einfach nur aus Spaß. Ja, also ich bin jetzt hier nicht. Ich muss mich jetzt hier nicht profilieren, weil ich hier irgendwas Diamant oder irgendwas bin oder Platin. Keine Ahnung. Das ist mir eigentlich Forzpieps egal. Ich will einfach das Spiel spielen, was Spaß macht und nicht um irgendeinen Rang zu kriegen. Also mache ich eigentlich bei jedem Spiel. Ne? Auch bei Externe. Da spiele ich eigentlich um meine Waffe zu verbessern. Aber ich spiele nicht, um selber jetzt hier Erster zu werden oder irgendwas. Das liegt mir ganz weit fern. Da bin ich, glaube ich, auch falsch erzogen. So weit redet läuft. Na, also kurz bis zum Schluss. Ich zock, weil es Spaß macht und ich will ja was erreichen. Aber mir ist es im Endeffekt egal, was ich erreiche. Meistens gewinne ich aber nur an Erfahrung. Und von daher, danke schön, dass ihr einschaltet. Und einen Daumen nach oben oder ein Abo oder einen Kommentar. Ich würde mich tierisch überfreuen. Und die zweite Runde heute am Sonntag. Spielen wir zusammen mit Pal. Und mit City. Pal und City. Okay. Und wir spielen gegen den Terminator, sehe ich hier gerade. Paz. So, und Pal jetzt. Oh. Ah, schade, hat er geblockt. Wollte ich mir gleich holen hier. So, City jetzt hinten. Ne, da ist gar keiner hinten. Pal wahrscheinlich. Blockt nochmal. Ich bin jetzt hinten. So, sieh die vorn. Schön angenommen, das Ding. Oh, sehr gut. Drüber gehoben. Und fast reingeschnippelt, das Ding hier. So, jetzt geht hier Pal nochmal dazwischen. Oh, jetzt wird es aber gefährlich. Jetzt wird es dangerous hier. Ähm, City, kannst du dich umdrehen, bitte. Sehr schön geblockt. So, der Terminator fliegt nochmal nach oben. La Kofi und Eli. Alter. So, ich gehe mal ganz kurz zurück hier. City blockt das Ganze. Der Terminator nochmal. Nein. Da konnte ich nichts machen. Das hat er richtig gut gemacht. So, City, ich spiele den Ball nochmal hoch. Terminator hier. Oben an die Bande fliegt dann direkt hoch. Und ich hatte keine Chance. Ich habe aber wirklich kurz überlegt, was tue ich? Aber wenn du so unter Beschuss stehst, ne? Da kannst du nichts machen. Aber es steht erst 1-0. Es steht erst 1-0, dass man ein Spiel drehen kann. Dann haben wir ja bewiesen. Also Terminator schon wieder. Und sieh die, holt das Ding von der Bande da oben weg. Nein! Ach, den hätte ich mir geholt, ey. Den hätte ich mir geholt. So, sieh die jetzt hier mit dem Ball an die Seite. Da raucht es kurz. Terminator hat hier einen weggebasht. So, den bringe ich mal in die Mitte. Keiner da. Doch, City ist da. Ah, dabei schon wieder. Von LaCofi geblockt da hinten drin. Und Terminator dribbelt jetzt auf die andere Seite. Droh an die Bande. Mit einem schönen Schuss. Kommt der da nochmal ran. Oh nein, was tust du? Pall. Pall wird hier. City jetzt so abtropfen lassen den Ball. Das wollte ich auch mal üben. Au! Was los, Pall? So, ich fahre mal auf die andere Seite. Meine Nase hat Gott gejuckt. Ich bin gerade einarmig gefahren hier. So, LaCofi da hinten am Start. Und City muss nur rein machen. Ja, Mann. Guter Schuss. Kommt Pall. 1-1. Sag ich doch. So ein Ding kann man drehen hier. LaCofi hier mit dem Fehler an der Verteidigung. Und Pall steht genau richtig. Haut das Ding rein. Mit Schmackes. MS. So, auf geht's. City und Pall. Feuerfreier 2. So. Oh, sehr gut. Schade. Schade, schade, schade. So, City fährt im Rückwärtsgang hier und daher. So, LaCofi hier. Ich hab keinen Boost. Ich hatte keinen Boost. Da kommt der Ball nochmal. Oh, der geht rein. Alter, was für ein Schuss von der Seite. Was für ein Schuss hier von der Bande. Von Pall. Spitzer Winkel. Der Spitzwinkel-Tursten. Und Terminator ist auch schon quitt. Er gibt auf. Sehr schön hier von Pall. Und der Nachschuss. Und auch fast drin, das Ding. Oh, da kommt der Terminator hier. So, kommt da einer von mir hier. Jawohl, Pall kommt. Guter Schuss. Krass. Eli, fliegt da vorbei. Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Gutes Spiel hier. 3-1. Belag 1 zu hinten. Ah, das ist schon geil, ne? So, sieht die jetzt hier im Dribbling. Schießt an den Ball mit Schmack. Ist da auf die linke Seite. Solche sowas kann ich mir mal merken. So, ich kann ja auch dazu lernen, ne? Jedes Mal. So. 4-0. 4-1. 4-1. CD. Ich mache in dem Spiel keine Punkte. Ich mache in dem Spiel keine Punkte. Also, ich weiß auch nicht warum. Es sind 4-1. Ich habe noch nichts gerissen. Das machen alles die zwei beiden hier. Wow. Wow. Jetzt zieht die ganz nach oben. Ganz stark. Ah, schade. Geht der übrigens mal rein? Nein. Natürlich geht er nicht rein. Warum auch? Doch, Rob macht in dem Spiel ja keine Punkte. So. Ah, schubst der mich weg hier. Wett, komm, pal. Eli fliegt da hoch. La Kofi fliegt da hoch. Mist. Aber ich konnte ja Kofi ein bisschen bremsen hier. Da kommt CD dazwischen. Geht der mal rein? Da geht auch nicht rein. Ey, was ist hier los? Da geht auch nicht rein? Da geht auch rein jetzt. Da geht auch nicht rein. Doch, da geht rein. Sehr gut. Oh Mann ey. 5-1. Ey, das war ja ein Ding. So, ich kann kein Französisch. T0. Keine Ahnung. So, weiter geht's hier. CD. Und auf geht's. Boah. Schade. Geht da mal rein? Da geht auch nicht rein. Ey. Ich verzweifle ja bald, dass ich hier kein Tor krieg. So, ich haue dir jetzt einfach mal davor. So, halt. So, La Kofi wird sich den neuen hier. Ah, da kann ich nur La Kofi nochmal wegrammen hier. So, und CD kriegt das Ding. So, den rahme ich auch nochmal weg. Und ab dafür. Sehr schön. CD. 6-1. Ich mache hier keine Punkte mehr. Ich mache hier keine Punkte. Wir führen 6-1. Ich habe keine Punkte. Ich kicke ja nicht mal Paraden hier. Das ist ja... Ein bisschen überfordert. Ich frage mich, was da los ist. Ich treffe es wo nicht. Ich treffe einfach das Tonig. So. Jetzt aber. Nein, lass mich doch das Doris hießen. Okay. Ah. Ich treffe einfach das Tonig. Guck mal, 4 und 8 Spunkte nur. Oh, Mann. Das ist schon auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite peinlich. Aber ihr habt es ja gesehen, ich habe ja mitgespielt. Aber es ging halt nicht. Ich habe den Bein nicht reinhauen können. Ich habe den Bein nicht reinhauen können. Können wir uns mal was holen hier. Komm, komm, das Ding machen wir mal auf hier. Als Belohnung. So. Was haben wir denn? Ein Spezialaufkleber. Okay. So, dann holen wir uns noch ein paar XP-Punkte hier. Und dann haben wir hier noch was. Ah, können wir anlegen. Äh, können wir anlegen. Okay. Okay. So, dann können wir hier noch was holen. Ein Level ab. So. Den können wir gleich öffnen. Zack. Alles. Tut mir leid, ne? Das geht hier und her. Spotspieler-Banner. Legen wir an. Gut. Passt rein. Ja, geht doch. Freunde, vielen Dank fürs Einscheiden. Also dran geblieben. Reiga und liebe Grüße. Euer Rob. Ciao, macht's gut.